Hi! Ich glaube Lizzie hat eine allergiegeke Arschlöcher. Hi! Mein Name ist eigentlich scheißegal, weil es wisst ihr ja eh schon. Und für die Newcomer unter euch, wir sind deine Mutter! Wir sind deine Mutter! Das klappt, glaubst du. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Facts! Am Mittwoch! Für alle, die es immer noch nicht verstanden haben, ihr solltet jetzt den Hauptfilm gucken, damit ihr auch ansatzweise nur das versteht, worüber hier die ganzen Funfacts sind. Und ansonsten müsste ich euch sowieso mal drum betten, dass ihr das alle nachholt, weil irgendwie hat YouTube mal wieder rumgebackt am Sonntag. Und kein Arsch hat den Apple-War gesehen. Da soll mal einer sagen, Brüste im Thumbnail würden automatisch für bessere Klicks sorgen. Nein, ist nicht so, haben wir jetzt bewiesen. Bereits ist allen anderen Leuten auch noch so richtig schön unter die Nase so. Hier, guck, 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 guck! Es geht los! Geht los! Zwei. Oh, shit. Bin gegen nicht gekommen. Ich hab voll Körperkontakt und so. Was ist gegen ihn gekommen? Behave. Halt die Fresse. Gaaaaay! Peniche. Nananananananananananananananananananananananananana. Funfait! Lizzie hockt im Hintergrund, was natürlich totaler Quatsch ist, da sie eigentlich liegen sollte. In der nächsten Szene liegt sie dann brav, aber dann sieht man links die Verlobte von Losti. Määää. Die Mädels sind leicht bekleidet und wir sind jung und gut aussehend. Da musste selbst Losti lachen. Guckt mal, Leute. Da ist doch ein süßes Mädel. Sie hatte eine Aufgabe. Umblättern! Umblättern! Funfact! Can schreit gerne Vögel an. Halt's mal! Die Idee für diesen Film stoppt übrigens von Losti, der endlich auch mal wieder öfter mitspielen wollte. Und hat ja gedacht, ja, machen wir mal einen Film über Frauenaufweisung. Fanden wir geil. Aber der hat einen Drehbuch zu geschrieben am Sonntag. Ne, am Samstag. Am Samstag, genau. Ja. Haben wir gemacht. Eins. Die ganze Welt hat irgendwas gegen uns. Auto. Awesome. Go fuck yourself. Was für ein Einsatz. Das Auto kann wenigstens gut schauspielen. Ey, guck mal Sirenen beim Dreh im Hintergrund. Das haben wir ja schon mal. Ja, ja, ja. Hört ihr? Mit so ner Scheiße müssen wir uns rumplagen, ja? Gut, dass wir gute Laune haben. Funfait! Also Leute. Chance Wuscherides ist ansteckend. Das macht einen wuschig. Kann hier bitte jemand schlagen? Ich würde das ja so machen. Warte! Ich habe noch eine viel bessere Idee. Was mit Stevie? Der geht ja weg. Ja, der schnopft jetzt einen geilen Typen. Ich dachte mich. Oh, ich habe mich gerade selbst gedisst. Alles gut, Darling. Völlig abgelost bei diesem Film haben wir zuerst mal mit dem Titel hin. Das abgelost im Titel haben wir erstmal falsch geschrieben. Ich habe damit nichts zu tun. Nein, absolut gar nicht. Ich auch nicht. Ich habe es auch schon nicht falsch vorgesagt oder so. Dank Hinweisen aus den Kommentaren haben wir den Fehler direkt verbessert. Ja, ihr seid cool. Wir sind dumm. Was wieder mal beweist, unsere Fans sind schlauer als wir und wir lesen tatsächlich Kommentare. Ich wollte... Nein, ich wollte dich fragen, ob du mir deine Nummer gibst. Scheiße. Das ist weit zu schnell. Dass die hinter mir sitzen, ist nicht schlimm. Ich sehe die nämlich zwei hinter mir. Nee. Nee, es sieht aber cool aus. Du willst die auch nicht sehen. Vielleicht wenn ich die sehe, glaubst du mir. Komm mal her, Schätzchen. Gib mir einen Kuss. Hi, ich bin Marcel. Ich bin Schiebe. Fun Fact. Wir haben auch. Keine Ahnung, wer Marcel ist. Muss aber jemand sein, der Lisp will. Alle Pussys haben alle Angst vor so einer Scheiß-Wespe, ey. Was für die... Hi. Verdammt, ich war zu spät. Was hat denn bei dir wehgetan oder so? Irgendwas hat doch geknickt. Das war doch total fies. Okay, ganz gut. Das war jetzt hier einfach so ein kleiner Lisp, mein Gott. Ach so. Ich habe gedacht, das wäre die Kniescheibe der Hoden geplatzt. Ich sag, okay, bereit. Und diese Scheiß-Gierche fängt wieder an zu bimmeln, weißt du? Okay, bereit. Wir wurden zweimal durch Glockengeläut vom Drehen abgehalten und haben dabei mindestens eine halbe Stunde Drehzeit verloren. Wer braucht Kirchen jetzt mal ernsthaft? Weck mit den Dingern! Ja, Mann, die Nerven voll! Macht doch keinen Spaß, Alter. So wie wieder der Glöckner, ne? Hier quasi Modus. Kann sich nur ums Rückenhandeln, bis der Dreh warst. Hi. Scheiße, nochmal. Mir. Ich wollte dich fragen. Nein, ich wollte dich fragen. Ob du uns... Nein, meine Scheiße. Du meine Scheiße. Wenn Ge-Way schon so anfängt, würde ich's nicht sagen. Direkt abbrechen, Lizzie. Herrlich. Drei, zwei, eins. Tens Freestyle. Lustiger Zufall. Wir haben das Skript schon geschrieben und den Endgag uns überlegt, wo Stevie einfach mal den Freund von Lizzie abknutscht. Und haben erst später festgestellt, dass das ja auch im Scott Pilgrim Band 1 vorließ, den Lizzie ironischerweise oder zufälligerweise einfach mal mitgenommen hat, um den zu lesen. Ja, haben wir alles hinterher gemerkt, dass der Gag da drin war. Also purer Zufall, aber trotzdem irgendwie cool. Yeah. Was war das denn jetzt? Weiß ich nicht. Hi. Ich wollte dich fragen, ob du mir deine Nummer gibst. Hi. Ich wollte dich fragen, ob du mir deine Nummer gibst. Ich wollte dich fragen, ob du mir deine Nummer gibst. Was ist das? Hättest du wohl gerne. Was denn? Naul. Ja klar. Der Schöne ist, jetzt habt ihr euch nicht abgesprochen, dass ihr es gleichzeitig sprecht und habt es gleichzeitig gesprochen. Super. Fun Factor. Sogar die Tierwelt ist gegen uns. Ja, deshalb bleiben wir scheißnütz normalerweise auch zu Hause. Mann. Hund. Was sein Halt, die Fresse und stören sein Drehnich hast du nicht verstanden. Was? Nein, nein, nein. Bin ich eine Eichhörnchen oder was? Das hat Hens einfach nur random gesagt, um euch zu irritieren. Genauso wie Losty. Ja, dein erstes Mal hast du es mit einer Backflaume. Ja, er hat gerade tatsächlich gesagt, du hattest dein erstes Mal mit einer Backflaume. Von Factor. Nein, Schall und Stevie knutschen hier nicht wirklich rum. Sorry, wenn wir jetzt eure Illusionen zerstören. Und rumknutschen in 3, 2, 1. Hey Baby, ich bin der Losty. Merk dir meinen Namen, denn du wirst ihn heute Nacht schreien. Jetzt wisst ihr, wie Losty an seine Verlobte gekommen ist. Tja, und wie Tänz an seine gekommen ist, verstehe ich bis heute nicht. Ey. Alter Falter. Und dabei ist er doch so in Liebe. Okay Schnitte, berate dich darauf vor Tänziniert zu werden. Tänziniert. Ja, it's getting intense. Du. Ich. Roman. Nein. Jetzt. Ja, du hast mir jetzt an die Fresse geschmissen. Ja. Was war das denn für ein lascher Tritt, Alter? Bam. Juppa. Juppa Juppa. Fun Fact. Nur um das klar zu stellen. Lissi und Stevie sind nicht zusammen. Waren nicht zusammen. Und werden nie zusammen sein. Denn. Ich bin schwul. Jetzt sei doch nicht so pessimistisch, Mann. Ja, dann leg mal los, ja. Das war mein Schritt, Mann. Sie ist mein Schniel. Schicke Stopp. Das ist ja cool. Ich wollte schon immer einen schwulen Freund haben. Wollen wir nun mal einen Aussagen geben? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Don't ass. Und wenn euch die heutige Ausgabe der Fun Fact gefallen hat, dann könnt ihr so lange auf den Like Button hämmern, bis er so grün wird wie dieser Grasblock hier oben. In Minecraft Optik. Apropos Minecraft. Das bringt uns dazu, dass wir ein weiteres und weiteres und noch ein weiteres Let's Fail gemacht haben. Für alle, die das noch nicht gesehen haben, hier unten. Da. Oder der zweite Link in der Videobeschreibung. Der erste Link führt natürlich zum Hauptfilm, den ihr schon entweder gesehen haben solltet oder den anderen Leuten unter den Nassen rein und gesagt habt. So, und das war's von uns. Wir sehen uns am Sonntag zum Happy War. Tschüss. Sack. 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 Nein, er hat's aufgenommen, scheiße. Ahahahah. Boah mein Gott. Ahahahah. Ahhaah. Oh Gott das riecht. Ahah. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, soll lange müsst ihr das nicht riechen? Das ist so voll. Ahahh. Oh.